Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Was ihr hier seht ist eine Simulation des Golfstroms. Von dem habt ihr mit Sicherheit schon mal was gehört. Das ist unsere Wärmepumpe. Der Golfstrom sorgt dafür, dass das Klima in Europa so ist wie es ist und damit auch das Klima auf der Nordhalbkugel so ist wie es ist. Der Golfstrom entspringt im Golf von Mexiko, transportiert warmes Wasser in den Atlantik hinaus bis hoch in den Norden. Da ist übrigens auch, wenn man mal Irland anschaut, das Wetter dort und das Klima dort, ja das ist der Golfstrom. Sollte es hier zu signifikanten Änderungen kommen bei dieser Strömung oder bei diesen Strömungen, dann hätten wir in Europa ein Problem. Und es gibt verschiedene Simulationen bezüglich des Einflusses von abschmelzendem Gletschereis auf Grönland auf den Golfstrom, dass der temporär unterbrochen wird. Heißt also, diese Wirbel, die ihr hier seht und auch das Wasser, was da transportiert wird, könnte unterbrochen werden und somit würde der Atlantik abkühlen. Wenn der Atlantik abkühlt, hätten wir zwei Probleme. Zum einen die Tiefdrucktätigkeit, das heißt also die Tiefdruckgebiete, die über dem Atlantik entstehen, weil das Wasser dort warm ist, würden nicht mehr so stark sich entwickeln. Das würde dazu führen, dass es in Europa trocken wird. Und was noch dazu kommt, nicht nur trocken, sondern kälter. Wir hätten eine Art Tundra oder Steppe dann in Europa, eine kalte Steppe. Ja, und dass das Auswirkungen auf unser Leben hätte, ist logisch. Und unter anderem auch auf die Nahrungsmittelversorgung, denn vieles würde dann nicht mehr wachsen. Und die Ironie an der ganzen Geschichte ist, dass eine Klimaerwärmung eine solche Abkühlung für Europa zur Folge haben könnte. Seit den 80er Jahren beobachtet man diese Thematik und weiß, dass abschmelzende Gletscher sehr viel Süßwasser, kaltes Süßwasser in dieses System einbringen. Und da kann es dann vorkommen, oder es gibt eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass der Wärmetransfer im Golfstrom Richtung Europa, Nordatlantik versiegen würde. Und somit eine komplette Umkehrung einer Erwärmung herbeiführen würde, zumindest für Europa erstmal. Das kann so weit gehen, dass wir in Europa oder zum Beispiel in den Alpen wieder richtig mächtige Gletscher bekommen. Je nach Niederschlag, muss man sich auch sagen. Denn wenn man sich mal die Prognosen ein bisschen genauer anschaut, kann das auch dazu führen, dass geringere Niederschlagsmengen nur zu einer Abkühlung führen, aber nicht zu einer signifikanten Erhöhung der Niederschläge, zum Beispiel als Schnee. Aber diese Simulationen haben natürlich auch immer so eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Das heißt also, wenn man etwas simuliert in dieser großen Skala, dann gibt es natürlich auch Fehler, logischerweise. Und das ist eben genau die schwierige Situation. Wir wissen, dass solche Abläufe globales Klima beeinflussen können. Und wir wissen auch, dass in der Vergangenheit der Erdgeschichte immer wieder Phasen aufgetreten sind, in denen es zu einer Abkühlung kam, die dann auch zu einer Eiszeit geführt hat. Nordhalbkugel Eiszeit mit extremer Vergletscherung, auch in Europa. Was wir hier jetzt sehen, das ist der Golfstrom, eben mit diesen grünlichen Farben, die ihr da seht in diesen Strömungen, was uns auch zeigt, okay, da haben wir eine relativ hohe Temperatur. Aber das ist alles nur der Transfer des warmen Wassers aus dem Golf von Mexiko. Beeinflusst, ja, auf der rechten Seite haben wir Spanien, Frankreich und britische Inseln, Irland zum Beispiel. Das Klima dort ist ja fantastisch. Aber das ist tatsächlich dem geschuldet, dass da diese Wärme, also diese Meeresströmung so viel Wärme transportiert. Auch die Tiefdruckgebiete, die dort entstehen, die uns dann ab und zu mal Stürme bescheren, vor allem im Herbst und so, das ist alles etwas, was mit diesen Abläufen zu tun hat. Wenn das fehlt, also der Wärmetransfer, dann würde das alles flachfallen. Und ja, dann kann man sich schon fragen, was das für Auswirkungen hätte. Nicht nur im Übrigen jetzt für britische Inseln, Frankreich, Spanien, sondern auch für ganz Europa bis weit in den Osten. Ja, zum Beispiel alles, was mit Getreideanbau in den östlichen Ländern zu tun hat, wäre dann betroffen. Und eine solche Auswirkung könnte den gesamten Planeten dann beeinflussen. Also das wäre eine signifikante Änderung des Weltklimas, wenn der Golfstrom plötzlich nicht mehr so funktionieren würde, wie er funktioniert. Und ja, es gibt bereits Anzeichen, dass abschmelzende Gletscher und abschmelzendes Eis eine Beeinflussung von bestimmten Bereichen des Golfstroms herbeiführen. Das ist alles noch nicht der Kollaps des Golfstroms. Aber in den nördlichen Bereichen kann man schon sehen, dass da bestimmte Strömungen etwas anders funktionieren, als sie noch vor 20, 30 Jahren funktioniert haben. Das kann eine natürliche Änderung oder Varianz sein. Da muss man ja immer aufpassen, denn nicht, weil man jetzt irgendwas sieht, was anders ist als vor 20, 30 Jahren, heißt das gleich, dass es hier komplett sich verändert. Das muss man auch über eine gewisse Zeit beobachten und den Einfluss, zum Beispiel von abschmelzenden Eis oder abschmelzenden Gletschern, also dieses Süßwasser, was da eingetragen wird, ob das nachweisbar auch diese Veränderung herbeiführt. Aber es kann natürlich schon sein, dass im weiteren oder mittelfristig, sagen wir mal 20, 30 Jahre, 40 Jahre, sich eine Änderung dann auch bemerkbar macht, die das Klima in Europa beeinflussen könnte. Hier, also von mir ein bisschen visualisiert, das Bläulich jetzt auf der rechten Seite, das wäre dann die Unterbrechung dieses Vorgangs, also des Transports von Warmwasser Richtung Atlantik, Nordatlantik und somit eine Änderung von Wettersystemen. Wir hätten ja dann nicht nur eine Abkühlung des Wassers, sondern auch eine Veränderung der atmosphärischen Strömungen, vom Jetstream sogar. Das heißt also, hier könnte alles, was wir jetzt als normal bezeichnen, sich ändern. Welche Auswirkungen das dann auf uns hat, das würden wir dann erst bemerken, wenn es soweit ist. Man kann simulieren und es gibt auch Simulationen bezüglich dieser Abläufe, aber es ist sehr schwer, solche hochkomplexen Systeme zu simulieren. Das heißt, wir haben hier unglaublich viele Wassermengen, die hier transportiert werden, bewegt werden durch solche Strömungen. Und deswegen ist es natürlich für uns momentan zumindest noch nicht so einfach, das Ganze dann auch in die Tiefe zu simulieren. Denn diese Simulation, die wir hier sehen, betrifft jetzt nur die oberflächennahen Wassermassen, nicht die tiefen Bewegungen. Das kann man mit Satelliten nicht genau feststellen. Aber ja, sollte der Golfstrom versiegen, hätten wir einen Rückgang der Temperaturen in Europa. Wir hätten kalte Winter, Vergletscherung der Alpen, also eine Umkehrung der momentanen Situation und im allerschlimmsten Fall im Worst-Case-Szenario sogar den Beginn einer Eiszeit auf der Nordhalbkugel. Ja, das wäre natürlich nicht so toll. Nicht nur, weil ich kaltes Wetter eigentlich überhaupt nicht mag, sondern es wäre eine zivilisatorische Katastrophe. Und die Zivilisation, so wie sie sich momentan darstellt, könnte mit so etwas nicht umgehen. Das heißt also, da wäre wohl unsere Zivilisation am Rande des Untergangs. Da sind wir wieder beim Fermi-Paradox. So, mein Lieben, jetzt wünsche ich euch trotzdem noch eine schöne Zeit, noch ist es nicht so weit und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss! Tschüss!